CargoCare Die perfekte Möglichkeit, Gurte in kürzester Zeit sauber aufzuwickeln und für den nächsten Einsatz zu verstauen. In der Staubox angebracht ist der Wickler da, wo er gebraucht wird. Ein 9 Meter Losende ist in 12 Sekunden gewickelt und eingeräumt. Die perfekte Technik in Verbindung mit feinstem Edelstahl machen den Gurt fix langlebig und unverwüstlich. Sie sparen Zeit und Geld über Jahre. So bleiben dem Fahrer je nach Anzahl der Gurte bis zu 15 Minuten mehr Zeit für die gesetzlichen Pausen und Ruhezeiten. Bei nur 10 Euro Ersparnis und der optimalen Ausnutzung der Schichtzeiten erweist sich Gurte fix als ein gutes Sparschwein bei ihrer Kostenrechnung. Es gibt viele Möglichkeiten der Anbringung, wie zum Beispiel außen an sattel Zugmaschinen, wenn die Auflieger häufig gewechselt werden und die Zurmittel in den Staufächern am Fahrerhaus untergebracht werden müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Idee, nasse Gurte auszufringen, hatten Fahrer die Ladegute auf offenen Fahrzeugen bei Regen transportieren. Ein gelungener Nebeneffekt. Trotz dieser enormen Belastung gab es bisher keinerlei Beanstandungen an die Technik, Haltbarkeit und Material. Gurte fix ist laut Umfrage bei unserer Kundschaft das Beste, was der Markt bietet. Gipschwein Gipschwein Untertitelung des ZDF, 2020